Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin euch ja noch meinen Geburtsbericht schuldig und den wollte ich euch jetzt kurz abdrehen. Ich werde immer mal wieder während des Geburtsberichts auch Vergleiche zu der Geburt von Vince ziehen. Das heißt, wer mir noch nicht so lange folgt, der erfährt auch noch ein bisschen was über meine erste Geburt. Ja, fangen wir mal damit an, wer meine Vlogs, meine Schwangerschaftsvlogs verfolgt hat. Der weiß ja, dass ich an dem Dienstag, also am 22. März, angefangen habe mit Eisenkräutertee und diversen anderen natürlichen Sachen, die die Geburt einfach einleiten sollen. Ja, das wäre halt ganz, ganz schwer mit Bauchschmerzen heute, ne? Genau, und ich glaube, das, was am besten bei mir gewirkt hat, war einfach dieser Eisenkrauttee. Eisenkrauttee, so hieß der, glaube ich, Eisenkrauttee, genau. Und den habe ich, ich glaube, den ersten halben Liter habe ich so um elf rum getrunken. Und die ersten Wehenveränderungen habe ich bemerkt gegen 16 Uhr. Da waren wir nachmittags bei Freunden alle und da habe ich gemerkt, die Wehen, die jetzt kommen, die sind anders. Das sind die Wehen, die ich brauche. Und die waren dann auch so in einem Abstand von 15 Minuten ungefähr. Und ich wusste eigentlich, als wir bei unseren Freunden losgemacht sind, dass wir den Abend oder die Nacht noch ins Krankenhaus fahren. Das war mir schon dann eigentlich bewusst. Und dann sind wir, wie gesagt, nach Hause gefahren. Und so ab 19 Uhr war es dann wirklich so, dass ich mir dann auch eine Pause nehmen musste, wenn eine Wehe kam und die auch ein bisschen veratmen musste. Und ja, wir haben dann aber ganz normal, wir haben zu Abend gegessen. Ich habe Vincent noch selber ins Bett gebracht. Dann haben wir bei Manus Eltern angerufen, haben halt Bescheid gesagt, wie es aussieht, dass sie sich darauf einstellen sollen, dass es wahrscheinlich heute Nacht losgeht. Wir hatten ja vereinbart, dass dann Manus Papa hierher kommt und bei uns schläft, damit wir Vince einfach nicht aus dem Schlaf reißen müssen, dass der liegen bleiben kann. Und dann habe ich sogar noch mal versucht, mich hinzulegen, zu schlafen, aber das ging nicht. Also ich kann ja sowieso, das ist zum Beispiel was, das habe ich auch schon in einem Geburtsbericht bei Vince erzählt, Wehen kann ich im Liegen nicht ertragen. Also es geht bei mir gar nicht. Dementsprechend kam ich auch nicht zur Ruhe und konnte nicht einschlafen. Und ich habe das eine Stunde versucht und es funktioniert einfach nicht. Ich bin dann wieder aufgestanden und wir haben mit Manu unsere aktuelle Serie geguckt. Wir schauen nämlich im Moment Gotham. Und da haben wir halt noch ein paar Folgen geguckt und Manu hat immer mit der Stoppuhr aufgenommen, wie die Wehen Abstände sind, wie lang eine Wehe ist. Also ich hatte dann Wehen, die haben ungefähr eine Minute gedauert. Das sind ja die Wehen, die man braucht. Also gute Wehen dauern eine Minute und in einem Abstand von fünf Minuten. Und gegen zwölf haben wir dann gesagt, wir fahren jetzt los. Weil es war dann schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass sie alle auf fünf Minuten kamen. Und da haben wir dann mal uns Eltern angerufen. Die sind dann gekommen. Wir haben alles ins Auto gepackt und sind losgefahren. Und waren dann, glaube ich, so dreiviertel eins im Krankenhaus. Und wurden halt dort von der Hebamme aufgenommen. Ich habe mich umgezogen und wir sind in den Kreißsaal. Das war Schock Nummer eins der Nacht, könnte man sagen. Ich fange mal so an. Der Kreißsaal bei Vince war richtig, richtig toll. Also man hatte, was man halt so kennt, man hatte das Bett natürlich. Und entsprechend dem Bereich, wo das Kind nach der Geburt versorgt wird. Aber man hatte darüber hinaus halt noch, man hatte da ein Radio drin stehen. Man hatte eine Sprossenwand, die ich auch genutzt habe zum Beispiel. Man hatte einen Gymnastikball, den ich auch bei der Geburt von Vince benutzt hatte. Und was das aller allerbeste war, was ich eigentlich unbedingt bei dieser Geburt auch haben wollte, war so ein Tuch oder Strick, könnte man auch sagen. Mich hat so ein bisschen an die Tragetücher erinnert vom Material her, das von der Decke hing beim Bett. Und als so wirklich die letzten schmerzhaften Wehen, kurz vor den Presswehen bei Vince war, habe ich dieses Tuch wirklich sehr, 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 sehr gern benutzt. Also wenn dann eine Wehe kam, habe ich mich daran festgehalten, hochgezogen und konnte die Wehe wirklich im Sitzen verarbeiten. Und wenn die Wehe wieder vorbei war, konnte ich mich ein bisschen zurücklegen und mich ein bisschen ausruhen bis zur nächsten Wehe. Also dieses Tuch, das wirklich, das war perfekt. Das hat mir das so erleichtert und ich wollte das unbedingt wieder haben. Und ich komme diesmal halt in den Kreißsaal. Und man kommt halt rein und hat halt auf der linken Seite alles, wie gesagt, um das Kind zu versorgen nach der Geburt. Dann hat man das Bett und dann hat man noch so eine riesengroße Geburtswanne, was für mich halt überhaupt nicht in Frage kam. Also so Wasser und Gebot und so, das funktioniert bei mir alles nicht. Und das war's. Es war unglaublich kahl, es war unglaublich kühl so von der Atmosphäre. Also es war kein schöner Kreißsaal, wirklich gar nicht. Ich bin da reingekommen und habe mich sofort unwohl und unglücklich gefühlt. Aber ich dachte, gut, jetzt ist es nun mal so, jetzt müssen wir hier halt durch. Ich wollte ja unbedingt in ein anderes Krankenhaus. Weil bei Vince war es halt so, der Kreißsaal war super. Die Hebammen waren ganz, ganz toll. Und dann bin ich ja aber auf Station gekommen. Und das war eine einzige Katastrophe, weil ich ja so Probleme mit dem Stillen hatte. Und es in dem Krankenhaushalt so ist, dass nichts zugefüttert wird. Was zur Folge hatte, dass Vince ganz stark abgenommen hat, Durstfieber bekommen hat. Wir dann auf die Kinderintensivstation mussten. Er in den Inkubator musste. Er künstlich ernährt wurde. Er hatte dann so ein, Manu wüsste jetzt, wie das heißt. Na jedenfalls, so ein, man musste ihm in den Kopf stechen, um da irgendwas einlaufen lassen zu können. Fragt mich nicht. Und das hat sich öfter entzündet und gelöst. Im Endeffekt musste man ihn dreimal in den Kopf stechen. Und das waren dann auch wie große blaue Flecke. Und das war dann angeschwollen. Und ich konnte ja nicht zu meinem Kind, also im Inkubator, jeder, der das mal erlebt hat, der weiß das. Man kann das zwar da mal reinfassen und so, aber wirklich mit dem Kind kuscheln oder so. Sowas kann man einfach nicht. Also ich wurde quasi meiner ersten Tage mit dem Kind und meiner Zweisamkeit beraubt. Und das hat mir ganz, ganz schwer zu schaffen gemacht. Und deswegen wollte ich halt unbedingt in ein anderes Krankenhaus. So, und jetzt lag ich halt in diesem Kreißsaal, der wirklich nicht schön war. Aber ja, so war es halt nun mal. Ich hatte mir das halt ausgesucht. Und da kam ich natürlich als erstes ans CTG. Und da kam halt raus, dass die Wehen zwar schon regelmäßig kommen, aber nicht stark genug sind. Ich habe während dieser Geburt gelernt, dass die Stärke der Wehen, was halt aufgezeichnet wird, nichts mit dem Schmerzgrad zu tun haben muss unbedingt. Weil sie taten schon ordentlich weh, aber sie waren nicht stark genug für eine Geburt einfach. Sie kamen auch schön regelmäßig, aber ja. Und dann wurde ich halt untersucht und da war der Muttermund auf zwei Zentimeter. Und ich dachte so, nee, das ist jetzt ein Witz. Ich habe seit Stunden Wehen und mein Muttermund ist auf zwei Zentimeter, weil ich ja immer noch so diese Vorstellung hatte wie bei Vince. Ein Zentimeter bedeutet eine Stunde. Und ich dachte, nee, wir verbringen jetzt nicht wieder so viele Stunden in einem Kreißsaal. Da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Und da war ich ein bisschen enttäuscht so. Und dann wurde halt entsprechend, was man halt dann so macht. Man bekommt einen Einlauf, man geht baden, obwohl baden bei mir, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich habe das schon in Schwangerschafts-Updates erzählt. Also es hat bei mir auch nichts gebracht, wenn ich halt zu Hause baden war, um irgendwie Wehen zu fördern. Und auch unter der Geburt, also bei Vince hat mich das wieder um Längen zurückgeworfen. Und auch diesmal hat es mir nicht wirklich was gebracht. Also war ich entsprechend auch nicht sehr lange drin. Aber man war halt nochmal sauber. Und dann, genau, bin ich noch so ein bisschen im Zimmer rumgelaufen und habe weiter Wehen veratmet. Das Lustige war, das muss ich auch noch erzählen, eine Freundin von mir ist ja auch schwanger. Und die war eigentlich, ich glaube, vier Wochen nach mir hatte sie erst Entbindungstermin. Aber wir wussten, dass sie an dem Tag, also an dem Dienstag, ins Krankenhaus gekommen ist, weil ihre Fruchtblase geplatzt ist. Und da mussten wir das natürlich immer über Handy noch ein bisschen weiterverfolgen, wie weit die mit der Geburt sind. Und da war es so, ja genau, ich war kurz vor eins im Krankenhaus und um viertel zwei oder so hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht. Und das mussten wir natürlich nebenbei noch so ein bisschen verfolgen. Und ja, dann kam ich wieder ans CTG und ja, die Wehen wurden halt einfach nicht kräftiger. Und der Muttermund war dann auf drei Zentimeter und da wurde ich dann an den Wehentropf angelegt. Das kannte ich ja auch schon von Vincent. Da hatte ich ja dann einfach so einen Punkt, wo es nicht weiterging bei Vince und da kam ich auch an den Wehentropf. Und da musste ich halt auch diesmal wieder ran. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Also an den Wehentropf angeschlossen wurde ich um drei. Dann wurden die Wehen sehr, sehr schnell sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe zu Manu gesagt, so schmerzhaft war das bei Vincent nicht. Und der hat mir aber erklärt, doch, das war genauso. Aber bei Vince hatte ich halt, wie gesagt, dieses Tuch, was von der Decke ging, was mir so unglaublich gut geholfen hatte. Und diesmal hatte ich auch so Rückenschmerzen. Ich wusste nicht, wie ich sitzen oder liegen sollte. Ich hätte halt gerne irgendwo, ich wäre halt gerne irgendwo anders hingegangen, außer auf dieses Bett. Aber ich hatte ja keine Möglichkeiten dort in einem Kreißsaal. Also haben wir das versucht, so bequem wie möglich irgendwie für mich einzustellen. Und ich habe dann halt da versucht, meine Wehen zu veratmen. Das Problem war, dass ich die Kanüle in der linken Hand liegen hatte. Das heißt, ich konnte mit der Hand überhaupt nicht zugreifen, weil ich es gerne mache, wenn ich eine Wehe habe, dass ich mich festhalte mit beiden Händen. Mit einer Hand bei Manu und mit der anderen Hand irgendwo anders. Und wenn es am Bettgestell ist, das konnte ich halt mit der Hand überhaupt nicht, weil es mit der Kanüle wehtat. War schon mal blöd. Manu saß also auf meiner rechten Seite und hat meine rechte Hand gehalten. Beziehungsweise ich habe ihm seine Hand zerquetscht. Und so habe ich halt meine Wehen veratmet eine ganze Zeit. Und dann merkte ich, um Gottes Willen, Presswehen. Meine Fruchtblase war aber noch nicht geplatzt und ich hatte Presswehen. Und ich sagte zu Manu, ich muss pressen, aber es geht halt nicht. Ich konnte ja nicht, Fruchtblase nicht geplatzen. Also geatmet, geatmet, geatmet. Und dann merkte ich, oh Gott sei Dank, Fruchtblase platzte, kam immer mal so. Also bei Vincent war es wirklich so, da bin ich vom Gymnastikball aufgestanden und die Fruchtblase platzte. Und es war so plärr. Und diesmal war es halt so, dass es einfach so raus lief. Und da war ich aber froh, dass die Fruchtblase geplatzt war, weil ich dachte, Gott, jetzt kann ich endlich pressen. Unser Problem war, wir waren zwei Frauen halt, also in jedem Kreißsaal eine und nur eine Hebamme. Und die Geburt bei der anderen Frau war in vollem Gange. Das heißt, die Hebamme konnte nicht zu uns kommen. Was wiederum hieß, ich konnte nicht pressen, weil Manu hat gesagt, nee, mach das nicht. Er ist zwar Krankenpfleger, aber soweit dann auch nicht ausgebildet, dass er sagt, er könnte jetzt hier ohne weiteres ein Kind zur Welt bringen. Und also habe ich weiterhin die Presswehen veratmet. Ich war dann froh, als ich drüben das Kind schreien hörte, weil ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt ist dort die Geburt vorbei, jetzt können wir loslegen. Da haben wir dann auch drüben Bescheid gesagt, dass meine Fruchtblase geplatzt ist. Und da kamen dann die Ärzte und auch die Hebamme rüber, schauten sich das Ganze an und sagten so, ja, wir können hier loslegen, aber wir müssen noch mal rüber die Nachgeburt holen. Ich dachte so, nee. Ich wollte so unbedingt pressen und ich durfte nicht, es war so schlimm. Und, ähm, also auch mal so zum Zeitvergleich. Das Kind von, äh, aus dem anderen Kreißsaal wurde um 4.50 Uhr geboren und Svea ja um 5.04 Uhr. Und zwischendurch wurde drüben halt noch die Nachgeburt geholt, ne. Da wisst ihr ungefähr, was das für ein Zeitabstand war. Und als sie dann endlich kam, war ich so froh, dass ich loslegen konnte. Und bei Vince, ich hab Vince ja in der Hocke zur Welt gebracht, also ich hab gehockt und das war für mich perfekt. Ich glaub, ich habe bei Vince dreimal gepresst und er war da. Es waren keine großen Schmerzen, ähm, das flutschte, das war wirklich 1A und ich wollte das wieder so machen. Und wir haben das halt so gesagt, wie ich das gerne wieder möchte. Nee, geht nicht. Die Ärztin schon so, nee, das ist mit so großen Risiken verbunden und Geburtsverletzungen. Ja, ich bin bei Vince auch gerissen und es musste genäht werden, aber das war es mir allemal wert. Und, ähm, Problem Nummer 2 war, die Hebamme war eigentlich schon Rentnerin und hat nur ab und zu Nachtschichten übernommen. Im Nachhinein hab ich aber übrigens erfahren, dass ich eine der besten Hebammen in diesem Krankenhaus hatte, was ich auch bestätigen kann. Die war wirklich super, auch wenn ich sie nicht oft gesehen hab. Ähm, und, äh, ja, das Problem war halt, sie war halt, ist halt schon relativ alt und sie sagte auch, sie traut sich es nicht mehr zu, sich halt da unten auf den Boden zu hocken und das Kind aufzufangen. Und da haben wir dann gesagt, ja gut, dafür, da ist uns dann das Risiko auch zu groß, dass, ähm, Svea halt wirklich auf den Boden fällt, dass sie halt, sie halt nicht, ähm, richtig auffangen kann. Und da musste ich mich halt von diesem Traum auch wirklich, weil ich hätte mich da drauf gefreut, das war bei Vince wirklich unproblematisch und ich war darauf geeicht, dass ich auch Svea wieder so zur Welt bringen würde. Und davon musste ich mich halt da verabschieden und das war schon nicht so schön. So, und dann ging es weiter, ich sollte mich hinlegen. Ich habe während dieser ganzen Geburt nicht gelegen, weil, ich hab ja schon gesagt, ich kann Wehen im Liegen nicht verarbeiten, gar nicht. Ich sollte mich hinlegen, um Gottes Willen, also da hingelegt. Und, ähm, ja, dann sollte ich pressen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich im Liegen pressen sollte, wo ich da den Druck und die Kraft herholen sollte. In dieser Hocke war das so einfach, weil es einfach, ja, von der Schwerkraft her total logisch war. Und im Liegen, ich wusste, ich hab mich total dämlich angestellt. Ich wusste nicht, wie ich da pressen sollte und wie ich da, wie ich da Druck ausüben sollte. Also, es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und, ja, die erste Presswehe, ich hab halt gepresst, so gut es ging. Aber ich merkte auch, ich war nicht so kräftig wie bei Wins Geburt mit dem Pressen. Ja, es ging auch, funktionierte auch irgendwie nicht so richtig. Und dann sollte ich pressen ohne Presswehen. Also, es wurde mir erklärt, es wäre wohl besser, wenn ich ohne Wehe pressen würde. Also habe ich versucht, ohne diesen Pressdrang zu pressen. Und es war total dämlich, wirklich, es war total unangenehm. Es tat richtig weh. Ich hab auch geschrien. Bei Wins hab ich wirklich nie geschrien. Nicht während einer Wehe, nicht während der eigentlichen Geburt, gar nicht. Und diesmal hab ich wirklich gebrüllt, weil ich einfach nicht wusste. Ich war auch enttäuscht und ich war sauer. Also, es war auch meine Enttäuschung, die ich da rausgeschrien habe. Weil ich wusste für mich persönlich, wie es für mich am einfachsten und unproblematischsten gegangen wäre. Und ich konnte es so nicht machen. Und ich war einfach so frustriert. Und das hab ich da auch mit rausgeschrien, zusätzlich zu meinen Schmerzen. Weil es einfach nicht richtig funktioniert hat. Naja, und jedenfalls musste ich mich da halt ein bisschen rumquälen. Und irgendwann hab ich sie dann halt rausgepresst bekommen. Muss ja so sein. Es musste mir nicht geholfen werden, irgendwie mit Sauglocke oder sowas. Und wenn man halt die Zeit betrachtet, ich glaub, ich hab vielleicht so sieben, acht Minuten gebraucht. Und dann war sie auch da. Das geht schon. Aber für mich kam, mir kam das ewig vor. Und genau, dann war sie halt da. Dann haben wir natürlich erstmal gefragt, was es denn ist. Weil wir ja nicht wussten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und da haben wir uns natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass es ein Mädchen war. Ich hätte mich auch mega über den Jungen gefreut. Dann hätten wir halt hier, wäre ich allein unter Männern gewesen. Aber so natürlich mit einem Mädchen. Jetzt haben wir halt ein Pärchen, einen älteren Bruder, eine kleine Schwester. Das ist einfach nur perfekt. Und haben uns natürlich sehr gefreut. Ich hab sie gleich auf die Brust bekommen. Und dann musste ja aber die Nachgeburt noch raus. Bei Vince war das auch völlig unproblematisch. Die kamen fast von alleine, relativ gleich auch. Aber Svea war draußen und ich bekam keine Wehen mehr. Wie sollte ich also diese Nachgeburt nach draußen bringen? Also hat sich wirklich die Ärztin mit ihrem kompletten Gewicht, mit ihrem Ellenbogen auf meinen Bauch gelegt. Und versucht diese Nachgeburt daraus zu pressen. Es war wirklich sehr, 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 sehr unangenehm und schmerzhaft. Und jedenfalls hatte ich dann irgendwann diese Nachgeburt draußen. Manu saß auch diesmal sehr ungünstig. Also bei Vince saß er ja quasi hinter mir in der Hocke. Und diesmal saß er halt so, dass er viel gesehen hat. Und er sagt, er hat zu viel gesehen. Und naja, dann war die Nachgeburt draußen. Und es war auch alles gut. Und ich habe sie dann auch gleich angelegt, soweit man das halt da im Krankenhaus, also im Kreißsaal macht. Und genau, und dann war es das eigentlich. Also ich bin auch nicht so doll gerissen. Diesmal musste man es nicht nähen. Man konnte das kleben. Muss ich auch sagen, im Nachhinein habe ich das natürlich auch gemerkt. Also ich hatte nicht so lange Schmerzen. Was heißt Schmerzen? Das war halt einfach unangenehm. Wie bei Vince. Bei Vince hatte ich länger Probleme mit dem Laufen nach der Geburt. Das war bei Svea relativ schnell einfach auch abgeklungen. Und ja, die Hebamme war nach wie vor alleine und musste jetzt quasi die ganze Dokumentation von zwei Geburten noch in den PC eingeben. Und ich glaube, ich lag dann noch gut eine Dreiviertelstunde, Stunde, so wie ich war, im Kreißsaal mit Svea. Manu hat dann meine ganzen Sachen aus dem Auto geholt. Wir haben ein bisschen umgepackt. Er hat dann schon meine Sachen hoch auf Station gebracht. Es war ja dann mittlerweile so um sieben oder so. Und Manu ist dann auch losgefahren, weil der hat ja auch die ganze Nacht nicht geschlafen und der musste noch eine halbe Stunde nach Hause fahren. Und er wollte gerne Vince noch sehen, bevor der in den Kindergarten geht und ihm halt alles erzählen, dass er nach Hause gefahren. Und ich lag dann noch bis um acht, glaube ich, in dem Bett dort. Also sie kam um fünf Uhr vier zur Welt. Und erst dann hatte die Hebamme wirklich den Bericht von der ersten Geburt und dann auch meinen fertig eingetippt. Und dann konnte ich in die Badewanne gehen und durfte mich waschen, durfte mir was anziehen. Und da kam dann auch meine Hebamme, die ich hier zu Hause auch habe. Die hat dann ihren Dienst angefangen und da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Dann bin ich halt hoch auf Station gekommen und dort war es wirklich toll. Also da bin ich dann, da nehme ich diesen etwas unschönen Kreißsaal in Kauf dafür, dass die Station wirklich so grandios war dort. Ich hatte ein Einzelzimmer, also es war eigentlich ein Familienzimmer. Manu hätte theoretisch da bleiben können, wenn wir das gewollt hätten und wenn wir nicht Vince zu Hause gehabt hätten, sage ich mal. Und dadurch musste ich mir halt das Zimmer nicht mit einer anderen Mama und einem anderen Baby teilen. Hatte das Badezimmer für mich und so, das ist schon immer ganz angenehm. Und das war dort so aufgeteilt, also man hat Schwestern, die halt den gynäologischen Bereich betreuen. Mit denen hatte ich ganz, ganz wenig zu tun, weil ich ja keine Probleme hatte. Und dann hat man die kinderkrankenschwestern und das Kinderzimmer quasi war auch nur zwei Türen weiter, glaube ich, von meinem Zimmer. Und mit denen hatte ich halt am meisten zu tun, einfach was so das Stillen anging. Aber die kannten auch schon meine Geschichte, dass ich so extreme Probleme beim Stillen bei Vince hatte. und da auch so ein bisschen ängstlich war, weil ich halt diese Erfahrung mit ihm im Krankenhaus gemacht hatte. Weil man ist einfach so, wenn man weiß, das Kind hungert, weil man selber keine Milch hat, da gibt man sich schon, auch wenn es blöd ist, selber ein bisschen die Schulter dran. Und ja, da waren sie halt wirklich ganz, ich sollte das so machen, wie ich mich wohl damit fühlte. Sie haben mir Tipps gegeben, wenn ich welche wollte und das war schon ganz schön und die waren alle ganz nett und wir haben uns immer auch schön unterhalten und es war wirklich eine angenehme Zeit da auf der Station. Moment. Es war wirklich eine angenehme Zeit dort auch auf Station, also wirklich sehr, sehr schön. Ich war, also Mittwoch wurde es wieder geboren und Samstagmittag bin ich dann wieder nach Hause gekommen. Also Manu und Vince haben mich abgeholt und dann begann halt meine Wochenbettzeit zu Hause. und ich überlege, ob ich über diese sechs bis acht Wochen, wenn sie dann vorbei sind, nochmal ein Video mache, falls euch das eventuell interessiert. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben. Was machst denn du hier? Ja. Ja. Die blöden Bauchschmerzen, ne? Und das hatten wir bei Vince halt auch schon mit diesen drei Monatskoliken. Man ist ein bisschen entspannter, muss ich sagen, wenn man weiß, was es ist, wo es herkommt, was man tun kann. Aber trotzdem tut einem das Kind leid, wenn man weiß, sie hat halt Bauchschmerzen. Genau, alles in allem war halt die Station ganz, ganz toll. Ja, ich überlege, genau, ein Video über das Wochenbett eventuell zu machen. Schreibt mir in den Kommentaren, falls euch das interessiert. Und, also ich habe ja jetzt von der Geburt erzählt, aber vielleicht gibt es irgendwas, was euch noch besonders interessiert. Deswegen, wenn ihr da noch mehr Fragen zur Geburt habt, stellt mir die gerne unten in den Kommentaren. Und entweder beantworte ich die in den Kommentaren oder ich sammle das Ganze nochmal und mache dann nochmal ein Q&A zur Geburt, zur Entbindung einfach nochmal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt so ein bisschen mit Begleitung war und etwas schunkelig, weil ich hier die ganze Zeit hin und her wippe. Ich hoffe, mein Geburtsbericht hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für alle eure Glückwünsche bedanken. Sei es auf Instagram, auf Facebook, hier auf YouTube. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr daran so Anteil nehmt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.